Bitte vorsichtig unterwegs sein an der Stelle, weil auf der A8 sind gar nicht möglich im Zwischenzus Masshausen und Anstieg. Da stehen die LKW auf der schmuggelglau-Fahrbahn mit Artenkrieg anzus Masshausenberg. Und eine U-Leitung ist eingerichtet und auch in der 2.43 Uhr, allerdings die Fahrungsstrecken sind überlastet. Allerdings vor allem für LKW-Fahrer die einzige Möglichkeit nach dem Zuhörer und Zeit jetzt.